John David Washington ist ein US-amerikanischer Schauspieler und ehemaliger American Football Spieler. Er spielte vier Jahre als Running Back für die Sacramento Mountain Lions in der United Football League, bevor er sich der Schauspielerei widmete. Sein Vater ist der Schauspieler Denzel Washington. Frühe Jahre Washington wurde in Toluca Lake, Kalifornien als Sohn von Schauspieler Denzel Washington und Paul Etta Pessen geboren. Er besuchte die Campbell High School in Los Angeles und spielte dort neben American Football auch Basketball, College. Washington spielte am Morehouse College in Washington. Dort stellte er als Senior mit 1.198 erlaufenden Jets und 9 Touchdowns einen neuen Schulrekord auf. Er wurde 2005 von die 2Football.com zum National Player of A Week gekürt, Profikarriere, Sankt. Nachdem er im NFL Draft 2006 nicht ausgewählt wurde, unterschrieb Washington am 1. Mai 2006 als Free Agent einen Vertrag bei den Sankt. Luis Rams wurde jedoch noch vor Saisonbeginn wieder entlassen, um nur drei Tage später in den Practice Squad der Rams aufgenommen zu werden. Washington spielte 2007 für Rheinfeyer in der NFL Europe. Washington wurde beim ersten Draft der United Football League 2009 von den California Redwoods ausgewählt und unterschrieb am 18. August daraufhin seinen Vertrag. Er spielte die folgenden vier Spielzeiten für die Mountain Lions, bevor sich die Liga 2012 auflöste. Schauspielkarriere Seit 2015 spielt Washington in der HBO-Comedy-Serie Ballas Ricky Gerrit.